Ja, wenn man so aufs Wetter schaut, heute könnte man sagen, wer zum Karneval als Regenschirm geht, der hat das Passende an. Ich grüße Sie ganz herzlich heute Freitag zu Brisant und wir legen auch gleich los. Zu Beginn, nach den Razzien in Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, weiß man inzwischen mehr zu den Anschlagsplänen und den Verdächtigen. Die Sonderkommission Frost hatte Computer durchsucht, Telefone angezapft und so kamen sie den Verdächtigen auf die Spur. Einer der Festgenommenen soll mit einem falschen Pass als Flüchtling mit seinen Kindern und seiner Frau eingereist sein. Am Abend vor der Razzia soll er sich noch ganz unauffällig benommen haben. Er spielte noch ganz entspannt eine Partie Tischtennis. Jetzt geht es um etwas, das alle angeht. Sicherheit im Auto. Heute ist es ja gar nicht mehr so leicht, ein Auto zu knacken. So ging das früher. Aber heute sind Autos ja riesige gesicherte Alarmanlagen. Es gibt Wegfahrsperren. Alles ist elektronisch und doppelt und dreifach sicher. Früher könnte man noch, wenn man dann den Schlüssel verloren hatte, das Auto einfach kurz schließen. Vergessen Sie das. Deshalb greifen auch Autodiebe heute zu ganz anderen Mitteln und zwar zum Teil zu sehr drastischen. Die Polizei hat jetzt eine Autoschieberbande bei so einem Coup stoppen können. Die Welt wird es erfahren. Über das nächste Thema wird der ein oder andere wahrscheinlich schmunzeln. Ist das Kunst oder kann das weg? Darüber hat Mike Krüger sogar schon gesungen. Und immer wieder scheiden sich die Geister bei diesem Thema. Ist das nun einfach eine dreckige Badewanne oder ist das vielleicht Kunst? Schlimm ist es für den, der die Kunst in diesem Augenblick verkennt. In diesem Fall war es eine Putzfrau, die ein mahnendes Werk aus Rettungsdecken in die Tonne warf. Die Künstlerin hat aus dem Problem immerhin etwas gemacht. Ja, so wurde schon mancher Künstler verkannt. Hamburg hat einen neuen Star, den sehen Sie da. Der ist ziemlich breit und schwer und stellt sich gerade ziemlich quer. Es ist ein riesiges Containerschiff, das sich so unglücklich in der Elbe verfahren hat, dass bislang alle Versuche, den Riesen aus seiner ungewollten Parkposition irgendwie zu befreien, gescheitert sind. Und es geht weiter. Morgen Abend kommt ein berühmter Satz im Film zurück, den Sie wohl alle noch kennen. Uwe Barschel hat ihn einst gesagt und er stürzte über diesen Satz. Packender Film, bis heute spannendes Thema. Der Fall Barschel, morgen Abend, also erster Film, 20.15 Uhr und im Anschluss dann die Dokumentation. Und bei uns wird es jetzt prominent und den Start macht heute Prinz Harry. Wenn es schwierige Themen gibt, die das Königshaus galant erledigt haben will, dann schicken Sie inzwischen sehr gern Prinz Harry, der ehemalige Partyprinz. Und heute macht er die ernsten Jobs. Warum? Weil er diesen besonderen Charme hat und diesen besonderen Humor. Und dann fliegen Prinz Harry die Herzen nur so zu. So war es auch heute wieder bei diesen Kindern, die er da getroffen hat, die vom schweren Hochwasser im Norden Englands betroffen waren. Und was macht Prinz Harry? Er reißt Witze über den Regen, aber alle können drüber lachen. So ein Prinz braucht doch eine Krone oder eine Prinzessin, mindestens einen Hut. Gut, jetzt gibt es nämlich Neues vom doppelten Lottchen aus Dänemark. Marie und Mary. Die eine ist die, die den Prinzen geheiratet hat, der nicht König wird. Und die andere ist die von Kronprinz Frederik. Und weil sich die zwei so ähnlich sehen, beide bürgerlich sind und beide aus dem Ausland kommen, werden sie ständig verglichen. Auch jetzt wieder, da Marie 40 wird. Auch für eine Prinzessin ist das nicht unbedingt die leichteste Zahl. Noch ist der Stern auf dem Walk of Fame, auf dem diese junge Dame steht. Wo ist er innen? Na da, genau. Es ist nicht ihr eigener, aber wer weiß, was noch kommt. Leonardo DiCaprio kennt sie auf jeden Fall schon mal. Stefanie Mikova lebt nämlich den Traum, den so viele Mädels haben. Und sie hat es ganz ohne Heidi Klum bis nach Hollywood als Model geschafft. Und ist dabei ganz realistisch geblieben. Wir haben sie dort getroffen, wo alles begonnen hat. In Bayern zu Hause, wo sie Stricken gehasst hat. Heute trägt sie lieber das, was andere gestrickt haben. Ich habe mir sagen lassen von Kollegen, dass es sehr angesagt war, in der DDR Honecker-Witze zu erzählen. Natürlich hinter vorgehaltener Hand. Alles andere wäre vielleicht gefährlich gewesen. Wer diesen Humor heute noch teilt, dem sei unbedingt Jörg Schüttauf empfohlen in einer witzigen Verwechslungsgeschichte, in der er großartig den Honecker mimt. Und alle, die da mitspielen, machen um diesen Film ein Riesengeheimnis. Aber ein bisschen was durften wir dann doch wissen. Und dann begrüßt sie hier in der Sendung René Kindermann. Und jetzt gibt es eine Doppelfolge. Gefragt, gejagt, also ganz viel Ratesstoff. Da wünschen wir Ihnen viel Spaß. Und ich darf Ihnen schon ein schönes Wochenende wünschen. Tschüss, tschüss.